Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Staffel von Cities Skylines 2. Ja, in der ersten Staffel haben wir die Sandbank-Insel gespielt und jetzt wechseln wir mal das Klima und das Thema und gehen Richtung Europa. Und zwar dachte ich mir, wir spielen mal den Zwillingsberg. Bedeutet für uns, es könnte auch etwas kühler werden. Ihr seht, es ist ja minus 14 bis plus 15 Grad. Und wir haben keine Bahnverbindungen. Nur Straße, Schiff und Flugzeug und Strom, genau. Gut, dann würde ich sagen, let's go. Wir brauchen noch einen Stadtnamen. Ich würde sagen, Tiefsee-Zwillingsheim. Also ähnlich. Dienstverkehr, nein. Nein, alles freifalten, nein. Nein, deaktivieren, genau. Wollen wir nicht. Wir wissen ja, wie es geht. Hoffentlich. Dann kann es losgehen. Das ist die Skylines. Eines meiner Lieblingsspiele. Vor allem der erste Teil. Und der zweite wird es hoffentlich auch bald werden. Hier, oh, da oben ist Schnee. Ja, super. Ja, super. Na, bravo. Also, jetzt kann es los mit dem Bau. Hier haben wir eine Stromverbindung. Genau hier. Das ist das erste Quadrat, was wir bebauen können. Und da oben ist die Autobahn. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ja, wir fangen mal an. Hauptstraße, würde ich sagen, lassen wir mal hier so entlang laufen. Was ist das hier oben eigentlich für eine Straße? Irgendeine. Okay, gut. Irgendeine. Fernverkehrsstraße. Dann würde ich sagen, bauen wir hier weiter. Hoppla. Wir bauen hier weiter. Runter, runter, runter. Oh, jetzt, warte. Oh, hoppla. Was ist denn hier los? Ich weiß, was hier los ist, mein Ball. Ich finde es gar nicht so. Moment. Ich darf schon hier nochmal, Sekunde. Eingabe, genau. Und zwar wollte ich gucken. Ne, nicht Tempo. Editor hier. Ne, ausrichten. Ne, hier. Dieses. Ist jetzt hier das mit der Maus gewesen? Ja, mit der Maus, eigentlich. Mit dem... Bauen. So. Ah ja. War noch ein Test. Okay, gut. Im Pausenmodus war es doch blöd. Also, ich würde sagen, wir bauen hier eine zweispurige Straße weiter. Eine vierspurige ist das eigentlich, ne? Genau, eine vierspurige. Die bauen wir mal ein Stück weiter, würde ich sagen. Ja, das ist eine der Säulen, die wir haben. Dann würde ich gerne... Können wir hier den Kreisverkehr reinsetzen? Ja. Haben wir nur einen kleinen erstmal hier, ne? Ja, wir bauen hier jetzt mal ganz geschickt... Äh... Den ersten rein. Zwei. Drei. Vier erstmal, genau. Und dann würde ich sagen... Das Laufen kommen. Hier ein hin und hier ein hin. Und dann bauen wir das selber wieder hier runter. Genau. Gut. Also halbwegs, ne? Ja. Geht schon, muss nicht alles hier gerade sein. Jetzt. Wasser geht automatisch, das brauchen wir nicht. Ähm, wir brauchen... Strasen. Und zwar dachte ich mir, wir bauen hier... So. Ne? So. Ja. Und hier nochmal, oder? Lassen wir das so. Ja, wir lassen das so, machen das dann so. Perfekt, oder? Wollen wir auch sagen. So, und dann... Wohneinheiten. Gibt nur die... Kleine momentan, deswegen bauen wir die mal hier hin. Und dann die Gewerbetreibenden, die bauen wir mal hier hin. An die Hauptstraße. Und ganz weit weg... Oh, was ist das hier? Das ist Unterwasserquellen, ne? Genau, was haben wir hier sonst noch? Das ist schlecht. Unterwasserquellen. Wasserwerke, ja. Wasserwerke. Wasserpupfstation. Wasserpupfstation. Wo meine ich hier hin? Brauchen wir nur eine Straße, ne? Aber da bauen wir so eine Schotterstraße hin. So. Strom braucht er auch noch. So, wir brauchen Umspannwerk. Schwimmleitung. Schwimmleitung. Ja. Umspannwerk brauchen wir. Hier ist der Strom. Den lassen wir auch hier mal stehen. Auf der Seite. Ausweitschlechts. Oder? So. Dann brauchen wir hier eine Leitung. Und jetzt kommt der drüben rein. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir den aber da drüben auch noch. Und so mal wieder hier. Ich könnte es einfach mal hier so ein bisschen... Das bauen, genau. Und dann kommen wir hier rüber. Das geht sogar perfekt. Okay. Strom haben wir jetzt auch. Wunderbar. Dann machen wir eine zweispurige Straße. Das geht dann viel lang. Machen wir es so, würde ich sagen. Genau. So ist besser. Und jetzt machen wir noch ein Abwasserrohr. Beziehungsweise... Abwasserabfluss, genau. Das läuft hier entlang. Warte, dann machen wir das hier hin. Und das geht. Aber wieder eine Straße, wahrscheinlich. So. 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 Achso. Die Leitung noch mal noch. schlecht ich danke schon das letzte schlecht so Das ist irgendwie so tricky hier, ne? Dieses war hier unten. Und jetzt. Das ist mir noch ein bisschen schwierig. Was ist denn das für ein Bau? So. Ne. Achso, wir sind jetzt in die Tiefe, ne? Entschuldigung. Genau. Geh mal weg. So nochmal. Nochmal bitte richtig. Irgendwo stimmt doch da nicht. Warte mal. So nochmal. Der Säule. Der Untergrund, so. Achso, jetzt ist es weg, oder? Das ist ja witzig. Okay, jetzt pumpt der, oder? Läuft der? Scheint so, ja. Und du auch, oder? Funktioniert auch. Super. Wunderbar. Das heißt, jetzt müsste eigentlich hier nicht genügend Wasser. Das ist schlecht. Äh. Wunderbar. Aber hier ne Pupfstation hin, noch ne zweite. Neue Straße, ne? Neue Straße, ne? Es muss angeschlossen sein. Weil hier läuft ja Wasser. Oder ist das hier ein Fake? Hier. Es muss angeschlossen sein. Wasser läuft. Hm. Ah. Und jetzt? Besser. Hm? Gut. Ein bisschen eigenwilliges Spiel. Gut. Haben wir das jetzt gemacht. Jetzt bauen wir noch ein Industriegebiet. Ein schickes. Ähm. Ich würd sagen, wir bauen das da oben hin. Da, glaub ich, tut's uns am wenigsten weh. Das ist eine zweispurige. Ja. Jetzt ziehen wir hier runter. Zuni halt. Machen wir das jetzt mal so. Meilenstein geschafft. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay, Meilenstein. So eine zweispurige Straße. Die machen wir, äh, hier weiter. Einство? Zeine. Um. Wo? 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 so wie ich es machen auf der anderen seite genauso und dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen baugebiete erst mal so ja wir brauchen weiter ungebiete jetzt sagen wir bauen hier weiter hier machen wir wieder gewerbegebiete hin jetzt wird hier gebaut, wir können etwas schneller machen Entwicklung, was machen wir als nächstes? ich würde sagen, weiter der Straßendienst ja, wir brauchen irgendwann mal auch eine Mülldeponie und Krankenhäuser und so weiter eine Klinik die setzen wir mal ne, geht nicht, wir haben die Objekte äh, Objekte geht nicht jetzt haben wir hier Friedhof ja, Friedhof zum aufbauen und zwar den Friedhof setzen wir mal ich bin jetzt hier, warte ich muss mal gucken, wie wir hier weitermachen ähm ich würde sagen, wir bauen hier weiter am Ufer entlang dann würde ich sagen, machen wir hier Friedhof setzen wir mal hier hin wunderbar, was haben wir noch? Mülldeponie, ja die ist ganz wichtig die setzen wir mal hier oben hin ähm äh, achso ähm äh ne, warte, wir machen was anders kann ich ja schon eine Klinik dazu kaufen ja hier wir kaufen jetzt hier dazu ja wir machen dann die Mülldeponie hier hin das muss ja nicht sein das muss ja nicht sein dass die uns hier äh 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 m äh 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 Bring the bunny, wo man... ...möglichst viel vom Ingeleid zu haben. Entschuldigt. Hier hin. Dann ist hier... ...das ist hier hoch. Genau, dann machen wir das weg. Perfekt. Gut, das ist auch wieder. Auf mittlere Dichte machen wir... ...hier hin. So. Und da bauen wir jetzt diese Häuser hin. Mhm. 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 Ja, spür ich. Mal weilsverkehrt. Mhm. 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 Wollen wir jetzt hier nochmal... ... ... ... ... ... Okay. Gut. Was fehlt noch? Mhm. 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 Flächenwerk zurück. Mhm. 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 Äh ... Äh. piece. Mhm. 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 Das müsste ja eigentlich doch passen alles hier, schauen wir mal was hier los ist, da jetzt haben wir keins, Besteuerung geht nicht, Budget, nee, das sollte ja eigentlich alles so schön und dann brauchen wir noch bitte einmal so gewerbe wird gebaut so Da muss ich nicht drüben, ich muss nur rein. Jetzt mal wieder ein paar Wohnhäuser. Oh ja, jetzt mal wieder ein paar Gebirgebiete. Oh ja, jetzt mal wieder ein paar Gebirgebiete. Oh ja, jetzt mal wieder ein paar Gebirgebiete. Oh ja, dann brauchen wir hier bitte. Oh ja, jetzt mal wieder ein paar Gebirgebiete. 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 Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle eine Pause mit der ersten Folge. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen anlassen. Wenn wir wissen, würde es weitergehen. Ein Abo. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ich sage an der Stelle, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.